Hallo Leute, hier ist euer Gym Team und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Parkplatz hier in der Nähe von Geisingen und wir warten jetzt noch auf Jackie und Maxi und Dani, wir sind von uns zuhause her gefahren, wir müssen mit einem Auto fahren, wir gehen den Arzt mit den Sprintpreisen, ein bisschen sparen und so, ne wir fahren immer mit 12. Genau und dann wollen wir an Bodensee noch überlegen an die Promenade und dort ein Eis essen, was trinken, die Natur genießen am See, weil heute ist 15, 16 Grad, es ist einfach geil, du kannst ohne Jacke rumrennen, ich habe nur noch Es ist wieder richtig schönes Frühlingswetter und es ging nicht so gut. Genau, jetzt warten wir auf die, wir müssen jetzt gleich kommen und dann geht's auf. Moin! Hat man sich also verfahren, ne? Ja, hat ihr Ausland verpasst. Keiner hat's gecheckt, Karin. Nicht mal sie hat's gecheckt, wie für das Auto. Egal, jetzt steigen wir ein, oder? Ja, ich gehe nach hinten, oder? Ja, nein, wir gehen nach hinten, alles gut. Egal, ich bin schlank und rank. Man, lass mal einsteigen, ne? Eine raufen und rauchen wir eine. So, wir fahren jetzt nach Überlingen endlich. Wir sind jetzt in Überlingen angekommen. Da sind schon die Blumen, von denen Maxi gesprochen hat. Ja. Und wir gehen jetzt an die Promenade, an den See und laufen uns rum. Und ihr könnt jetzt mal die nächsten Eindrücke sehen. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 So, jetzt sind wir Eis essen gewesen, Maxi, gell? Ja. Was hatte Maxi? Jetzt gehen wir noch eine Shisha rauchen. Und ich würde sagen, auf geht's. Machst du nicht? So. Bei Maximilian. Er wird es uns verlegen. Professioneller LED-Verleger. Also wenn jemand sucht, der das machen wird, er nimmt gerne Aufträge an. Okay. Kein Problem. 10 Euro Stunden nur. 10 Euro Stunden nur. Ist billig. Nein, wir bestellen uns jetzt Pizza, Nudeln oder irgendwas bei Lieferando. Ich bin Lena. Und dann rauchen wir eine Pfeifen. Und lass den Abend ausklingen. Ja. 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 Ja, ja. 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 ��sterà. Kann Text auf Ou buildings. Wenn ich war. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020